Moin Moin Leute und Willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite, natürlich wieder mit dem Fretel. Moin Moins. Wo springen wir ab? Ähm... Direkt die erste Stadt danach. Ja, okay. Ich denke, wir wollen wieder viel lehnen, aber er soll uns nicht jucken. Einfach rein. So, ich nehme mein altbekanntes Haus natürlich wieder. Ich nehme natürlich mal wieder den Burgershop. Ne, lol hat irgendein Gebäude schon kein Dach mehr. Ach nee, das ist irgend so was anderes. So, mal gucken. Patronen. Ah, nice, ich hab schon verbannt. Hm, Patronen. Das kann eine Truhe scheißen. Moin. Hat ob es hier wirklich keine vernünftige Waffe, äh, war wasche, äh, Waffe drin war. Was schläft. Ich hab jetzt auch eine Maschinenpistole. Das schlürft Saft, was das für mich scheint. Hm, ja, hatte ich eben auch mal. Also ich hab einfach mal genommen, ich weiß nicht, was es ist. Ähm... Ne, Revolver, komm ich auch mit. Na, ich hab eine Granate, beziehungsweise drei Granaten. Hat es auch eine Treppe dieses Haus. Okay, hier ist ein... Na, ich hab schon zehn Verbände. Ich bin direkt tot. Komm, 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 ah, Hilfe. Wo bist du? Ja, ich bin tot. Loll, ey. Ach so, easy. Habe ich meinen, ähm, ist schon wieder am Arsch. Nee, ist doch nicht tot. Hä, klar, oder? Ach, nee, ist noch nicht. Scheiße. Ich hab ja was für die überhaupt gut. Hä, ich hab ja schon die Meldung bekommen. Jetzt aber... Ja, Moin. Was hat er, äh... Scheiße, hatte er. Deswegen konnte er sich auch nicht wehren. Warst du in diesem Haus schon? Nee. Dann geh ich mal rein. Komm, hier sehe ich keinen Bock drauf. Holz kann man immer mal gebrauchen, Metall auch. Ich laufe hier so mit meinem Revolver durch die Gegend. Okay. Hier war schon wer. Die ist geöffnet. Scheiße. In dem Haus ist glaube ich wer. Ja, ja. Oh nein. Ich hab doch gar keine Chance, ich hab gar keine Chance, Alter. Alles klar. Ja, das ist jetzt auch mein Tod. Das ist mein Tod. Ah, alles klar. Ich guck mal wieder. Wie geht's hier hin? Ach da. Ja, ist der Hass. Ja, ist da hin. Ja. So. Spring doch. Aber wir können ja nachts dieser Fabrik gegenüber gehen. Nice. Jetzt. Hier ist glaube ich auch gar... Nein, auch nur Kumpar, aber... Fast schon, oder auch müsste ich das geiler ist. Ja, gut geht so. Pistole. So. Maschinenpistole. Ich hab direkt irgendeine ganzes Malbar. Wie so hab ich jetzt nicht aufgesammelt. Unverband hab ich auch noch. Revolver. Hier warst du glaube ich schon. Ja, da hätten, da hinten waren wir noch nicht. Erstmal darüber. Oh, hier. Hier. Da war noch niemand. Ja, da war noch niemand. Ah, doch. Boah. Boah. Schönst Ding. Oh, nice. Oh, nice. Ein Schild drin. Könnt ihr den? Warte. Okay, hier wird wahrscheinlich... Ach, doch verbannt. Nice hat die übersehen. Brauseverband. Da hast du selber, ne? Warte. Ich hab sogar... Piste. Boah. Alter. Das war sogar crazy hier. Wie sitzt du einer? Sie noch wer? Warte. Warte. Boah. 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 Maschinenperson. Ach komm. Brauch ich nicht. Ah. Ne, hier war auch schon jemand. Warum ist gar nicht mehr? Boah. 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 Nein, fuck. Der. Einfach, der. Den kriegen wir Scheiße geh aus dem Auge raus. Nein. Sehrial. Was sind? Jo. Jo. Medi gegner Siglaß. nicht so gut ja auch gut resten wir bräuchten obwohl doch sie könnte ich gegen die Pampkantor schnell doch kann ich mal nämlich die um mich hier zu noch nie Lüttel die Wurzeln ich habe trug Neues Muster und wenn ich habe sie Prozent Neues Verband oben die Börse 10 Verband Schöner kannst du nur Stunde habe ich 4 dann das ja nicht perfekt eigentlich das war da einfach über dann muss man der droger um zu dieser Hütte oder auf dem Berg ich bin zu doof kein Leben keinem das Meister scheiße ich bin bei diesen Sturm gelungen und nur als ob ich getroffen und was sollen um die Zeit wird das haben wir hinterher trefft einfach nicht achten und das ist noch eine schädlich die 10.000 dann müsste ich immer kriegen auf aktieren nämlich scheiß Dinger weiß nicht was es ist ich bin verletzt nachkommen junge nein bist so ein ach das ist sturm oder sei würde scheiße der sind wieder rausgegangen ich gucke mal ich gucke wo ist ja ach das bist du hinter dir hinter der der scheiße kommt ihr noch mehr nein 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 ich bin der verschrankt neins kapcord das so leute das war es von dieser folge ich hoffe euch das gefallen wenn ja lasst ein leichter oder sogar ein abo